My mama told me, one day imma grow up big and imma be your king and my papa told me, it's okay to save my shit hands, don't forget your dreams cause they'll get you through this, so called life they call it Moin moin lady und herzlich willkommen zu meinem neuen Video von Tazigames und heute ist Ferdi mit dabei wie angekündigt Servus Servus Jetzt mal wieder eine chillige Runde mit 2 auf der Map Karate Jetzt geht's ab Wir spielen die Herrschaft, ich nehme erstmal die geile Famas mit roten Tigerstreifen, Vollmantel für die richtige Feinrasur Die Wunderschalter verrasiert in den Schnurrbart weg Okay, los geht's Die geringe Schnurrbeere Ich spiel grad die ACR Ja Mit einer geilen Modelle Als sekundär Mal sehen, wie's abgeht Ich seh hier schon die ersten Gegner rumgeier Oh, mich hat zerwischt Mich hat zerwischt Ja, Freunde, Freunde der Nacht, ne? Ich würd sagen, Freunde der Nacht, ne? Macht einfach extrem Bock Und deswegen spielen wir heute eine geile Runde MW3 geht leider noch nicht, ne? Aber im Laufe der Zeit MW3 ist halt auch nur Dorn auszuraschen, ne? Boah Auf jeden Fall Hat der Spaten wieder eine Pille Kann schießen, wie du willst Ich weiß, ne, manche haben echt eine Pille Ein Pille mal, oh, zäh Das wird mal was nehmen, aber Ich glaub, die schwängern sich immer, zwingen, zwingen, zwingen So geil So, springen wir bis auf den Däumen rum Neu, ne? Einfach nur zum Kotzen So, springen wir bis auf den Däumen rum, hin und her Ah, wir haben alle drei Posten, ey Wir haben alle drei Posten, ey Das hat mich gebärscht, ja Ja, irgendwie sind die Gegner heute schlecht Und wir sind einfach nur gut Ich steck mal an, oh, das ist ein paar Ey, der läuft da rum mit einer AA oder so Schrotflinte Mein Es gibt's nicht, ich treff nix Unglaublich Ja, ja So sieht's aus hier Ich gebe ihn sowieso Hey, wo ist der Spaten? Von hinten wieder die Drecksau Hat mich wieder von hinten genommen, oder? Comeback Volltreffer, ja? Du kleines Asch Wasch kassiert, ne? Das ist nicht Wolle es sich einer, zehn Kraner Da hab ich schon mal angehebt, naja Freunde, den werde ich mir jetzt holen, ne? Ist ja klar Also irgendwie versteckt sich, glaubt die Gegner hier, oder? oh man, das ist 12 und ich krascht oh man ich träg's jetzt reicht's mir hä, von wo? da muss Gundes zum Einsatz alter, Leute der hat glaub'n Wallhack da läuft ein unsichtbarer unslaublich alter, sag mal so, jetzt schauen wir mal wo sind die Gegner? halt die Staub angehend hier, mein Mann angehend ich war nicht normal ja, ist klar, ne Predator wieder immer auf mich, ihr Dreckser geht ich das ist doch geil und ich glaube, meine Waffe zieht eh, das ist echt noch alles, das ist einfach geil das ist nur geil deswegen kann ich mir so ja hm mal die Geier, die haben nicht ne Pille, also hm die Schuss bräuchte noch Scheiß, hier hab ich's leere gemacht, oder? hm hm alle Arzt sehen das war eine geile Waffe das war eine geile Waffe das war eine geile Waffe ich seh gegner, wo gar keine Sinn haha auch geige echt? ja ich glaub hier rum und ja kotzt mich, hier vorne halbe zwei, das ist nicht neun PC ah, Harrier, Alter Harrier ja ja Freunde, ihr seht's wahrscheinlich ein Video nachher, das wird übel lacken mein PC ist einfach am Arsch nicht schlecht aha, aha, aha die Neu-Karte das ist auch mal was sie mich anfühlt ha ha nicht schlecht so ich mich nicht, ohne sie trotzdem nichts ich bin schon an dem Haus, das ist doch ja ich bin ich war auch mal in den rein ja, das ist schon oh Gott der läuft wieder zickzack hier das ist ein Geier wo hat sie jetzt in die Hohen Auto ha Geier, mit dem Modell ich auch nicht geiles gut für, ne welche die Modeller ja, ich schalte Übelo P schlicht, schlag mal kurz tot die letzte Geil nach ja schon da liegt da für eine Klinge irgendwo hp-9-sier Kimbo da liegt so eine Klinge auf dem Boden irgendwo wenn soll es so wissen, Alter n und zeigt sich ja, er kennt halt noch mehr nur kleine Trezeln zeigt doch einmal die Gesichter die haben alles Sonnenbrillen auf soll ich glaube, es scheinen solche vier engen er er hat nur Kopfschüsse schon aber weil du kannst es nicht es kann es nicht sein haha, wiss 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 boah, ich habe zwei Stücke vor mir gehabt, haben keinen getroffen ich glaube, die wollen B haben kann es sein bringt es aber nicht nicht ach ja, OMP geil richtig geil alle Freunde es geht nicht komm raus ich kann so nicht zocken sie kann man doch nicht spielen ich habe keine Ahnung was es liegt vorher links lief es richtig flüssig sie krallen sich alle an ihren Geiern oder verkackte Harrier Leute, ich muss abbrechen es geht nicht hängen sich zu sehr extrem oder sie kann nicht mehr mich bewegen das ist das ist das ist das ist das ist wie man die Grafik und Strom die haben es so gemacht, dass man das im Leben noch nicht machen kann Achter ist ja jemand Mann 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 die Schilder hat trotzdem zieht toll sieg bringt doch kein weiter direkt trotz den ganzen Lack 7 22 ich finde es nicht schlecht und schadet verabschieden und so ja wird schon sagen okay ist die nächste Video hat sie reden Tschüss